Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit Lia8DM. Hi. Ja. Ihr könnt auch gerne auf meinen Kanal vorbeischauen. Und zwar, das Thema ist, I'm so fancy. Was sieht mein Gesicht falsch? Sieht schlimmer. Egal, jetzt sieht es wieder halbwegs gut aus. Okay, äh. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich hatte eine Frisur, aber ich mag sie nicht. Wie festst du dich aus, wenn ich ehrlich bin? Ja, ich hab eine. Ich hab keine Ahnung, was ich als Oberteil oder so anziehen soll. Hm, ich hab dich bisher noch nicht mal einmal gesehen. Ich seh dich fast nie am Runden. Versteckst du dich vor mir oder was? Ja, genau. Ähm. Wie machst du so in etwa den Look? Äh. Naja. Äh. Die Farbe ist auf jeden Fall rosa. Meine ist so lila eher. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Hä? Ich will das Gesicht haben. Äh. Weißt du das? Ja. Okay. Ähm. Oh ne, ich find keine Hose. Ähm. Das? Wie sieht hässlich aus? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich damit gewinnen würde. Aber ich... Heier es. Also, ich denk mir immer so bei diesem Thema so... Ah, ich weiß nicht, wie ich das sein soll. Manchmal verrückt. Manchmal so richtig... cool gescheidet. Aber auch so passend. Pfff. Ob das jetzt das Thema ist, weiß ich nicht. Aber... Ja gut. Ähm. Bist du das? Nee, nee, nee. Nicht mich angucken. Du denkst aus. Nein. Oh mein Gott. Was ist das? Meine Haare. Meine Haare. Nee. Nee. Ich weiß nicht, ob ich meine Haare anders machen soll. Ähm. Wie findest du das, Melissa? Wo bist du? Bist du das? Ja. Hallo. Ja. Hinter dir. Hinter dir. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Das bist du nicht. Hallo. Ich bin hinter dir. Wer bist du denn? Hallo. Ich bin... Guck dir, das ist schwer zu. Aber du wirst dir eigentlich nicht zu. Ja. Ich weiß. Aber dein Gesicht sieht echt übelst schlimm aus. Oh mein Gott. Oh, dein Gesicht ist so schön. Warte, warte. Oh, nicht klar. Oh. Nee, mach doch. Nee. Mach weg. Mach weg. Mädchen, mach weg. Hab ich doch. Hab ich doch. Oh, Mädchen. Kann man schnell wegmachen? Hallo, ich hab doch... Okay. Okay, okay, okay. Hab ich. Hab ich. Alles gut. Okay. Ähm. Okay. Ja, es kann noch... Ich liebe diesen Namen. Geil. Äh. Er hat sich... Er hat sich gar nicht verändert. Gar nicht. Also ich hab zwei Sterne gegeben. Was? Wie kann man zwei Sterne geben? Ja, aber das war doch eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ja, aber ich hab eigentlich... Warum kriegst du mal so 10 oder sowas? Äh. Hm. Sie weiß schon, dass Winter vorbei ist, ne? Haha. Ein Stern. Also ich mein so. Also sie kriegt auch... Ich geb ihr drei Sterne. Nein! Drei Sterne doch nicht. Nein, ich hab sie zwei gegeben. Ich mein da nicht. Oh mein Gott. Ich find das so geil. Hahaha. Gibt's jetzt wirklich fünf Sterne? Ja! Guck doch! Guck doch! Guck doch! Es gibt drei! Ich hab einen gegeben. Ich hab einen gegeben. Ich hab drei gegeben. Ich hab drei gegeben. Das war perfekt. Wie hast du drei? Oh mein Gott. Das ist cool. Ein Stern. Ab jetzt... Ab jetzt... Danach ihr... Ich geb zwei Sterne. Ähm. Geben wir alle... Müssen wir schlechte Bewertung geben, weil wir es uns nicht schaffen. Okay. Nee. Aber ich hab hier drei Sterne gegeben. Oh mein Gott. Okay. Ich bewerte schnell. Hahaha. Ich hab fünf Sterne gegeben. Siehst du? Oh Gott. Ich seh so hässlich aus. Hahaha. Merk ich gerade so. Äh, wow. Ich kann sogar gut. Geiler Name ey. Deswegen gibt es mich fünf Sterne. Anscheinend ein Baby. Oh wie. Na ja. Ich hab einen Stern gegeben. Finde ich nicht so cool. Ähm. Also echt. Ist die schon Fan... Ja, Abwech. Oh nein. Ich merke gerade. Ich hätte... Es gibt so ein Lied, das heißt Fancy. Also Fancy. Und ich liebe das nicht. Das ist mein Lied mit mir. Aber das Ding ist einfach. Ich hätte nicht so kleine Sachen gesiegt. Aus dem Lied. Oh Mann. Das hab ich falsch verplant. Egal. Yay. Ich bin die Letzte. Ein Stern. Ich hab dir... Ich hab dir neun Sterne gegeben. Hab dir neun Sterne gegeben. Okay. Hab ich sie. Könnt ihr im Video sehen? Ja, ja. Okay, nice. Ähm. Ich glaub ich war die Letzte. Äh. Ja. Ja. Und? Das ist irgendwie zu ruhig. Komm schon. Boah. 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 Platz 1. Das ist unfair. Ah, Fisch. Na, Platz 1. Und von der Schaden. Wie ist denn das los? Nur 2 Platz 4. Das ist neu. Hahaha. Oh mein Gott. Wir haben beide dieselbe Punktzahl gehabt. Oh Mann. Ich könnte Platz 1 sein. Ich hatte den. Haha. Okay. Oh mein Gott. Wir haben Fisch und Femmes gespielt. Und wir hatten beide 21 Punkte. Und ich war Platz 1. Wie viele Sterne hast du insgesamt? Habt ihr? Kein Plan. Ich hab 121. Wo sieht man das? Äh. Unten. Äh. Ich hab 129. Ich hab 138. Ich bin mit Platz 4. Yay. Ich bin Platz 4. Ich bin Platz 4. Oh mein Gott. Melissa, du hast 7 Wins. Und Gold, Stern, was irgendwas... Hi, 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 hi. Melissa, du drehst noch, ne? Ja. Okay. Okay, dreh weiter. Schösser. Okay. Gott, eine Runde mit Maria. Okay, ich will das Video mit Adoption machen. Ah. Äh. Eine Runde noch. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Okay, aber ich spiel währenddessen mit Adoption. Ähm. Nein. Aber das hatten wir schon. Melissa, guck mal. Wo ich grad bin. Maria auch. Was? Ich kann sehr viel spielen. Guck mal. Was soll ich hier machen? Soll ich hier kaufen oder was? Was soll ich hier machen? Der geht schon. Guck doch. Was soll ich hier machen? Ja. Sehr geil, Melissa. Ich kann richtig gut spielen. Ey. Ich springe alle um. Gib mir mal einen Stern. Ich geb dir fünf Sterne, okay? Ich geb dir nur einen Stern, okay? Hallo. Ich werde so süß sein. Einfach. Ja. Genau. Also ich find mich schon eigentlich ganz toll. Oh mein Gott. Ich konnte mir Haare machen. Guck mal. Sieg mal. Guck mal. Wow. Hä? Lolooloolo. Guck mal. Siehst du die da hinten? Das bin ich. Die da hinten, ne? Die blaue da. Die blaue. Mhm. Da siehst du? Ja. 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 Die blauen. Und die rotaarige Schmille, äh Maria. Die ganze Reihe. In der Ecke. Da rüschst du sie. Wie findest du heute keine roten Haare? Wer bist du? Von den beiden? Ich bin die, äh, braunhaarige Schmille. Nein. Leute kommt schon und bitte last uns jetzt, äh, lasst uns jetzt mal, ähm, links, nach spielen. Wir wirst schon adopten. Ha. Okay. Okay, ich kann wirklich nur nicht spielen. Also okay. Ciao. Ja, das war's.